Wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne. Herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxes. Wie sind wir bei den Pax Weekend League? Wir sind, oh Gott, letzte Woche nur Gold 3 geworden, aber es ist richtig peinlich, jedes Spiel gemacht. Alter, ich spiele so schlecht in FIFA 18, vor allem jetzt im Vergleich zu FIFA 17. Krass, so richtig bitterschlecht, aber egal, ich weiß nicht, man hört es glaube ich nicht, aber ihr Halt ein bisschen in dem Zimmer, weil ich es aufgeräumt habe. Und nachdem ich es aufgeräumt habe, ist hier so viel Platz wieder in dem Zimmer, das ist Halt. Geil, muss ich da mehr Schund rumstellen. Egal, ja, wir haben auch die Monatsbelohnungen, von daher schauen wir mal. Ich will mir auch einen Spieler kaufen und gucke gerade auch immer, ob der billig auf dem Markt ist, nämlich es gibt jetzt Infobillion, also es ist perfekt gelaufen, dass ich mir, oh Gott, den gab es gerade noch 115.000, aber es ist halt auch gerade Pack Opening Zeit, dann werde ich mir vielleicht erst später oder morgen holen, ist es bei 121.000. Ja, perfekt, dass ich auf Brasilianer gewechselt bin, es gibt es doch irgendwie jede Woche einen Spieler, den ich mir holen kann. Es gibt jetzt auch schon Second, also noch eine Info von Firmino, aber ich hole mir erst mal den Villian und dann Firmino. So, jetzt machen wir mal die Packs auf. Ähm, wir fangen natürlich an mit den normalen Packs, also mit denen hier, das ist genau die gleiche Belohnung wie bei Gold 2, das macht also keinen Unterschied. Nur halt 10.000 Coins weniger, was ein bisschen ärgerlich ist, aber vielleicht haben wir ja Glück und es ist was geiles drin, so als Belohnung, so von wegen, du bist Gold 3, scheiß drauf, du bekommst scheiße. Ja, schon mal kein geiler Spieler, ach, wie der Schweinsteiger, mei, 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 und nicht mal ein, nicht mal ein, ach du scheiße, toll, wir haben ja nur, nur Schrott haben wir ja. Und die seltenen Spieler haben wir auch alle schon im Verein, das heißt, die sind halt auch alle nichts wert, die seltenen Spieler im Verein, aber die packe ich erstmal auf die Transferliste, gucke ich dann trotzdem nach. Ach, 750, dann machen wir 650. Krass, drei seltene Spieler, drei seltene Goldspieler und alle drei haben wir schon im Verein, das ist auch genial, oder? Ich meine, es scheint nicht viel zu geben, viele seltene Goldspieler, vor allem viel schlechter. 1,5, 1,2, oh, wird er gerade gebraucht oder was? 1,2, das ist so viel zu teuer für den. Krass, da war gerade einer für 1000, ja, ich stehe mal von 900 rein, da geht er auf jeden Fall weg, aber selbst 900 hätte ich nicht gedacht, dass er so viel wert ist. Oh, mein Handy ist noch auf laut, sorry. Wenn ich jetzt nicht leise mache, hätte ich auf Garantie wieder... Äh, dann haben wir auf, was soll ich gerade sagen, ich habe keine Ahnung, ach ja, wenn ich nicht lautlos mache, dann wird auf Garantie... Jetzt wieder alle fünf Sekunden noch wieder in die Nachricht reinkommen. Jeder, 2,4, 2,000, 1,3. Halt. Hier ist 1000, okay, ich stelle ihn mal für 950 rein. Und als letztes, ein BEMBA. Der besteht am Anfang von FIFA 18 viel wertbar und bei der PACE. Ein BEMBA. Nehmen wir auf für 900 rein. Ja, für 8600, das macht Sinn. Oh, ein BEMBA. Ich mag den Namen, ein BEMBA. Ich mag alle Namen, die so ein M von dran haben und dann halt einen Buchstaben, der irgendwie nicht dazu passt. Ein BEMBA. Geil. So, bitte was Geiles. Oh, nicht mal ein Leinwandspieler. Das hat man letzte Woche schon ganz genau das Gleiche. Wir hatten in beiden Packs keinen Leinwandspieler. Ich bin echt gespannt, wie lange sich das jetzt durchzieht. Na, hoffentlich haben wir wenigstens Glück. Und in der Monatsbelonnung ist wenigstens ein Spieler drin, den ich gebrauchen kann. Krass. Richtig scheiße, ey. 1,7. 2,2. 1,7. 1,5. 1,4. Machen wir mal 1,2. Und BEMBA. Ich liebe diesen Namen. Es gibt noch mehr solche Namen, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Das würde ich jetzt alle aufzählen. Krass, wir haben aber viele seltene Goldspieler. Wir haben so viele seltene Goldspieler und trotzdem nur Scheiße. Das gibt es gar nicht. Nur einen, der über 80 war. Oh. Wird Rashford gerade gebraucht oder ist es einfach einer dieser krassen gehypten Spieler? Das kann natürlich sein. Ab und zu haben wir hier mal im Verein gesehen, im Gegnerischen. Ja, wahrscheinlich ist es so ein Spieler, der einfach nur sehr gerne gespielt wird. 6.000. 5,5. Okay, dann ist das Pack nicht so schlecht wie letzte Woche, weil so ein Spieler hat letzte Woche nicht drin. 5,5. 5,2. Ich stelle mal für... 5.000. Ich habe jetzt keinen Bock, hier die ganzen anderen Spieler nachzuschauen. Die sind eh alle Sprott. Ich gucke noch die Silberspieler nach. Oh, der ist nichts wert. Nichts wert. Oh, auch super viele seltene Goldverträge. Das ist auch ganz cool. Da ist wieder Schrott. Oh, keine seltene Teamfitness-Karte, wie man sieht. Das ist selten. Also das hatte ich glaube ich bisher noch nie. Dafür noch mal eine aller Verletzungen. Ich glaube, die behalte ich einfach, oder? Nee, Schrott. Ich will das Geld haben. Ich will die Kohle. 700. Ja, ich denke mal 500 ist er wert. Ich stelle da für 500 rein. So, Freunde. Gleich ist es soweit. ZOM zu ZM. Ja, könnte ich vielleicht mal gebrauchen, wenn ich einen ZOM zu einem ZDM machen muss. Dann muss ich ja erst bei ihm zum ZM machen. Behalten wir also. Digalo Brasil geht eh nicht weg. Etihad-Statum kauft eh niemand. Oh, jetzt schon wieder Schweinsteiger. Das gibt es doch nicht. Hatten wir in Deuer nicht auch in dem anderen Pack mit drin. Ich weiß es nicht, aber Schweinsteiger. Letztes Mal war das doch auch so, dass wir zweimal den gleichen Spieler drin hatten in den beiden Pack. Was ist das von Zufall wieder? So, den haben wir für 900 draufgestellt. Weiß ich noch. Ein BEMBA. Ein Deuer. Aber eigentlich ist genauso geil. Ein M oder ein N vorn dran ist dann halt irgendwas, was nicht dazu passt. Also, ja. Ein Deuer ist auch nicht. Aber wobei, ich glaube, M ist mir noch lieber. Ein BEMBA ist geiler als ein Deuer. Aber ein Deuer ist auch nicht schlecht. Ich habe meine Frau, die so ein Nachnamen hat, damit ich auch so einen coolen Nachnamen bekommen. 1-1. Ah, ich stelle es für 900 rein. So, und jetzt letztes Mal, letztes Mal hatten wir ja echt Glück mit der Monatsbelohnung. Da hatten wir, glaube ich, drei Spieler, die wir gebrauchen konnten. Einmal den Second Info, Mikardi, Info, Radecki und Info, Raphael, den wir theoretischerweise hätten benutzen können, aber dann doch gemerkt haben, da ist nicht so geil. Aber jetzt schauen wir mal. Come on, baby. One time, please. Bitte was geil ist. Ich sage es euch, es wird einfach jetzt Neymar sein, weil wir Neymar halt schon haben, dann haben wir ihn zweimal unterauschbar, brauchen wir ihn nicht. Immerhin ist es schon mal ein Leinwand. Argentinien, Innenverteidiger, Manchester City. Oh, das ist was Gutes. Ja, oder wenn, ich dachte mir schon, was Gutes ist. Ja, ist gut, aber er ist logischerweise nicht so gut, dass ich jetzt auch mein Bundesliga-Team auflöse, und sage, okay, wir müssen jetzt ein Team darum aufbauen. Ist schön, aber, ja, brauchen wir nicht. Komm, irgendwas noch dahinter, irgendwas Gutes noch dahinter. Come on, Devri. Ach, Devri wäre geil gewesen, wenn wir noch Calcio A gehabt hätten, dann hätten wir den verwenden können. Schade, weil da hatten wir ihn ja im Verein gehabt. Dann haben wir noch Brummes, der wird auch gerne gespielt. Brummes, vielleicht, vielleicht interessant als Wechselspieler, vielleicht für El Jarabi, ich weiß nicht, aber Brummes sieht man halt auch häufiger mal. Ich weiß nicht, weil der besser ist als El Jarabi. Guter Antritt, gute Sprintgeschwindigkeit, Stellungsspiel, Abschluss, Schusskraft, Fernschutz, das klingt erstmal alles geil. Ich denke, mit Maestro könnte der echt cool sein. Flanken, kurzer Pass, langer Pass, Beweglichkeit, Tripling, Ausdauersprungkraft, wie groß ist denn der? Bestimmt klein, 1,74. Vergleiche ich mal mit El Jarabi, aber, äh, mit El Yonussi, nicht El Jarabi, aber ich könnte, könnte die Idee sein zum Wechseln, zumal bei El, Yonussi verkaufen können, Brummes halt nicht, Sedibel und Reed, na, leider nichts, was wir direkt in den Verein, ins Team reinnehmen können, sehr, 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 schade, aber kann man nichts machen. Gut, jetzt gucke ich nochmal, was Willian momentan kostet, wahrscheinlich ein Glück und ist gerade wieder ein Schnapper auf dem Markt, aber ich glaube, jetzt ist schon die Zeit vorbei, für Schnapper. Oh, es war so klar, steigt immer mehr im Preis, fuck. Dann werde ich wahrscheinlich bis morgen warten, und mich dann, was? Ich meine, jetzt 100, oh, hätte ich nur von 15.000 gekauft. 130, oh, scheiße. Ähm, ja, dann werde ich wohl auf morgen warten, aber ich werde mit euch dann wieder morgen noch teurer sein, dann habe ich wieder schön, oh, oder, ich werde noch länger, aber ich will eigentlich nicht noch länger warten, ich brauche sie ja für meine Weekend League Spiele. Ja, ich hätte die für 15.000 kaufen sollen, ich Idiot, aber ich dachte, ich sehe ihn nochmal preiswerter. So habe ich es aussieht, ein fetter Fehler, naja, gut. Was soll es? In diesem Sinne, für euch wird es einen Schnitt geben, dann gibt es wieder zwei Spiele, also bis gleich, euer Praxis, tschüss. So, da bin ich wieder, meine lieben Freunde der Sonne, und wie ihr hört, es ist mal wieder ein Nachtsechen, ich muss leiser reden, ähm, ist aber gar nicht so schlimm, weil ich glaube, in den Nachtsechens habe ich immer ganz gut gespielt, ich glaube, da konzentriere ich mich einfach mehr, oder ich habe nicht die Möglichkeit, so krass auszurasten oder so, irgendwas halt, weshalb ich dann da eigentlich immer ganz gut performt habe. Ähm, oh, Moment, das hätte ich auch machen können. Ähm, ich wollte mir eigentlich Informvillian holen, und habe aber den Fehler gemacht, ihn nicht für 115.000 zu holen, weil ich dachte, er sinkt weiter im Preis. Das ist nicht passiert, er ist immer weiter gestiegen, jetzt steht er bei 150.000, und jetzt warte ich aber, und hoffe, dass er im Laufe des Samstages wieder preiswerter wird, und ich ihn wenigstens für, oh, was ist denn hier los, sehr geil, Bronziespieler, nicht seltener Bronziespieler, der seine 2.000 mindestens wert ist. Nice. Ja, ich hoffe einfach, dass jetzt Informvillian im Laufe des, Samstag ist billiger, würde ich mir da kaufen können. Ich glaube, ich rede ja auch generell in diesen Nachtsessions nicht ganz so viel bei meinem Spiel, und das wird auch ein Grund sein, warum ich da wahrscheinlich ganz gut spiele. Aber geil, in so einem kostenlosen Pack, in Anführungsstrichen, kostenlosen Pack, einen Bronziespieler, nicht seltener Bronziespieler, der 2.000 wert ist, super geil. Okay, jetzt aber zu unseren Spielen, ich glaube, wir fangen an mit der Brasilianermannschaft, ich bin echt super enttäuscht von meinem, von meiner letzten Weekend League, schlechteste, die ich hier gespielt habe, und ich habe auch nicht wirklich gut gespielt, ich glaube, ich habe einfach zu uninspiriert gespielt, und habe mir dadurch zu wenige, klare, hundertprozentige Torchancen rausgespielt, ich meine, ich kann als Ausrede bringen, okay, die Brasilianer, mit denen bin ich noch nicht so eingespielt, war meine erste Weekend League, aber im Endeffekt habe ich glaube ich mit den Brasilianern häufiger gewonnen, als mit der Bundesliga-Mannschaft. Ach ja, und ich habe mich entschlossen, Promes mit dem Chemistry-Style Maestro statt Elio Nussi als Leihspieler zu spielen. Ich hoffe, ich habe noch mal, nein, nein, habe ich natürlich nicht mehr, das heißt, hier müssen wir noch mal schnell Maestro kaufen. Ah, und ich gucke direkt mal, ob es Shadow gibt, weil Shadow ist immer gut, so billig geworden, weniger als 600, sehr geil. Krass, wo bin ich mir direkt dreimal bei 500? und ich will jetzt spaßeshalber noch mal gucken, was momentan Willian kostet. Vielleicht habe ich ja Glück und irgendein Verrückter hat ihn gerade viel zu billig drauf gestellt, ich meine, es kann ja immer passieren. Krass, krass, immerhin nur 145.000, aber wie gesagt, er wird mit Sicherheit sinken. Jetzt ist es mitten in der Nacht, er wird definitiv, wenn er jetzt mitten in der Nacht bei 145.000 liegt, wird er definitiv unter 130.000 fallen im Laufe des Samstags, denke ich, hoffe ich. Mal schauen. Ich könnte mir jetzt verleisten, aber es ist mir einfach nicht wert. Da herge ich mich nur wieder, wenn er zu teuer war, weil ich weiß ja auch nicht, ob er dann wirklich funktioniert am Ende. Kersh dann vielleicht irgendwann wieder auf Philippa Andersson zurück. Aber in der Zeit kann ich jetzt erstmal noch den Villian testen. Ach ja, und ich sollte vielleicht noch Brummes den Chemistry-Style geben. Ah krass, diese Foot Champions haben schon den Loyalty-Bonus, habe ich gerade gesehen. Das ist ja nice. so, erstes Spiel, neues Glück. Wie gesagt, ich werde relativ wenig reden, weil ich halt nicht so laut reden kann. Oh, da hat ein Bronzespieler als LM, aber wahrscheinlich würde er den auswechseln, den hat er noch drin für den Link zu den anderen Spielern. Ist ein relativ gutes Team schon am Anfang direkt, sehr krass. Mit der Ikone im Sturm, aber halt auch mit der Bräune als ZDM. Die Formation spielt ja vielleicht, 4-2-3-1. gleiche wie ich habe. Könnte aber auch sein, dass er es wechselt, auf 4-1-2-1-2. Bisher nicht. Nö, vielleicht lässt es auch. So, konzentrieren, nicht viel reden. Ich habe jetzt vor, in dieser Nachtsession, wenn es gut läuft, sechs Spiele zu machen, also drei Aufnahmen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Sechs Spiele wäre ganz gut, da hätten wir noch 19. jetzt konzentrieren wir uns erst mal. Jetzt konzentrieren wir uns erst mal. schade, ich wäre lieber mit Raphael durchgerannt, hätte geschossen, aber ich habe erst zu spät gerafft, dass ich jetzt da den Ball habe. so, wie lange denn William? 85 hat er, okay. Oh Gott, da war ja richtig schlechter Schuss. Haben lange keinen Freistoß tun mehr gemacht, durch Ablegen. Hm. Interessant, der Ball. Kommt zum Glück nicht. War aber auch viel zu weit. Schöner Ball auf der Ecken. Schade. Hat er meiner Meinung nach, hat er das nicht gut verteidigt? Achso, ja, ich habe ja eine neue Methode für Ecken gesehen. Vielleicht sollte ich die mal ausprobieren, wenn ich die nächste Ecke habe versucht, auch noch daran zu denken. Krasser Ball. Das war ein krasser Ball. Auch ein krasser Schuss. Ach, der Ball war krass, der Pass. Aber egal, der hat schon Fehler gezeigt, in der Abwehr. Vielleicht können wir die in Zukunft ausnutzen und hier das Spiel drehen. das hat er gut gemacht. das hat er gut gemacht. Vielen Dank. Ach, schade. Wie kann denn das kein Abseits? Ich wollte gerade sagen, muss er Abseits sein. So, ich habe es einen Fall hier. Scheiße, wird schon wieder gut verteidigt. Oh, danke für den Scheißpass. Das läuft bisher nicht wirklich gut. Ich glaube, ich muss echt aufs 4121 holen. Das war eigentlich auch schon wieder ein Voll. Oh, scheiß Pacekackehander. Haben noch keine einzige gefährliche Torchance generiert, außer das eine mal mit William. Und die war jetzt auch nicht wirklich gefährlich. Na, also. Gut gespielt. Ne, Mann, sehr schön. Aber er hat den Ball auch erst angenommen, wenn er das Video gewesen wäre, wenn er direkt geschossen hätte. Gut, lassen wir doch erstmal Informationen. Gut. Vielen Dank. Schöne Macht mit Neymar. Und oh, geiler Schuss, geiler Schuss, geiler Schuss. Scheiße. Oh, darf ich ganz ehrlich sein? Ich bin schon wieder überhaupt nicht sofrieden mit meinem Spiel. Dagegen hat es nur einmal geschossen, aber ich merke das. Mir fehlt einfach die Routine, mir fehlt einfach das regelmäßige Spielen. Einfach nur am Wochenende spielen, da ist man einfach viel, viel schlechter, als wenn man halt auch unter Woche spielt. Das ist so krass, der Unterschied. Wahrscheinlich wieder nur Gold 3 werden, wenn ich so weiterspiele zumindest. Oh, das ist eigentlich rot gewesen. Was für ein Lacker. Muss natürlich direkt wieder Alu sein. Ich bin schon mal gemzt. Ich bin schon mal... Ich bin jetzt so krass. Ja, okay. Zum Glück, zum Glück ist Thiago da, ey. Oh, fuck. Scheiße, muss ich eher abbrechen. Oh, na, Alter. Oh, ich bin so blöd, ey. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Geiler Pass, geiler Pass. So geil gespielt. So geil gespielt. Genauso und nicht anders. Sehr geil. Schöner Abschluss. Verdient. Endlich zeigt Neymar mal was er kann, auch als LM. Stellungsfeder von wer auch immer verteidigt hat. Doppelpack. Sehr gut von Gustavo. Oh, Alter. Ich sag Bailey. Schöner. Oh, nein. Aus dem Winkel so ein Scheiße, ey. Aus dem Winkel so unverdient. Was ist denn das für ein Agro-Typ? Guckt euch das mal an. Der presst doch schon wieder. So, jetzt auch schon wieder. Oh, nicht auf den. Boah, Glück habt's. Wie ich auch wieder nicht wechseln kann, weil es einfach keine Pause gibt. Ich überlege gerade, ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich Neymar in die Mitte stelle, Raphael draußen, die haben fast gleich viel Ausdauer noch gehabt. Santrini auf links und Bromes auf rechts. Was war Bromes nochmal? Rechtsfuß, aber vier Steine auf dem schwachen Eiffelreihen. Oh, das ärgert mich schon wieder, dieses 2-Tor so sinnlos, vom Gegner halt. Aber ja, ich spiele auch wieder nicht so gut. Ich merke das schon wieder, das ist eigentlich vom Niveau her genau das gleiche, das ist einfach viel zu viel Lotterie. Ich meine, ich habe mir zwei hundertprozentige im Spiel rausgespielt, okay, das ist nicht schlecht. Aber es reicht halt einfach nicht. Vor allem, wenn man zwei Tore frisst. Direkt im ersten Spiel Verlängerung, echt gutes Zeichen. Meine Gegner hat zweimal geschossen, das ist eigentlich, also so schlecht war es von mir gar nicht. Aber trotzdem bin ich nicht zufrieden. Rot? Gibt es jetzt Rot vielleicht mal? Schöne? Für diese Akkuscheiße? Natürlich nicht. War ja zu einfach. Das war meiner Meinung nach gut. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. oh fuck das war nicht gewollt von ihm und es klappt trotzdem alles Antrini, nice shut up lächerlich krass, dass mein Schuss von ihm nicht reingeht erst mal Absturz oh, da wollte ich nicht hinpassen ich darf viel zu viele Fehler auch ich weiß nicht, was ich nicht viel liebte ich kann nicht mehr ich denke ich bin Oh, so eine Scheiße. Ich bin so unzufrieden mit meinem Spiel. Ich glaube, ich mache halt keine sechs Spiele, ey. Nicht so kacke, ich kann nichts einfach lassen. Oh, das Spiel ist schlecht. Unglaublich. Ich sage euch, Gold 3, mehr werde ich nicht schaffen. Oh, wie immer so ein beschissenes Spiel auf dem Sack geht. Immer das Gleiche, immer das Gleiche. So billig. Oh, natürlich kriegt er den Pass nicht durch. War ja auch zu einfach gewesen. Wieder nach vorne. Nee, versucht wieder irgendwelche beschissene Doppelpässe. Oh, es ist so billig. Nee, Mann mit dem dritten und es ist jedes Mal das Gleiche gewesen. Über außen, pass auf Nee, Mann. In die Mitte irgendwie rein. Tor. Und immer das lange rechte. So, jetzt reicht bitte dieses dritte Tor von ihm. Das kann doch nicht sein. Einfach mal auf Schießen gedrückt. Auch nicht flach. Ich meine, war ja auch kein flacher Schuss. Aber gar nicht so einfach, der Winkel. So, und jetzt bitte nicht wieder irgendwie einen Schuss vom Gegner. Und das Ding ist drin. Das wird dann natürlich noch aggressiver sein. Ach, es ist schon die 117, die sehe ich gerade. Da wollen wir auch mal nichts anbrennen lassen. Abseits. Aber es ist fast vorbei. Er macht's natürlich. Was sonst? Alter, das gibt's doch nicht. Ich meine, hier muss ich mir wieder vorwerfen. Nicht Zeitspiel gemacht bis zum Ende. Ich werde es verlieren. Das ist so klar. So eine scheiß Lotterie schon wieder. Und ich werde es einfach verlieren jetzt im 11m schießen. Pass auf. Was ist das eigentlich? Das muss jetzt so passieren. Zweimal geführt, kurz vor Ende geführt. Er macht wieder so einen billigen Dreck. Und es raus. Und es raus. Oh, die machen es nicht rein. Oh, die machen es nicht rein. Fuck, fuck, fuck. Gewinn jetzt das 11m schießen. Komm schon, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Konzentrier dich. Es war so klar, ich wüsste, dass ich verlieren. Es war so klar, ich wüsste, dass ich verlieren. Ich wollte nach rechts schießen, hab nicht genug nach rechts gezogen. Ich bin halt auch schon wieder so schlecht. Das ist unglaublich. Ich bin halt auch schon wieder so schlecht. Es ist unglaublich. Sonst lasse ich's einfach direkt wieder sein. Okay, krass, ein Team mit nur Silberspielern, oder fast nur Silberspielern, in vielen Endländern, das ist ein sehr merkwürdiges Team, ich hoffe, wir werden nicht gewinnen, das habe ich bisher noch gar nicht gesehen, in FIFA 18, kurz drehen wir uns mal. Ja, da haben wir nach oben abgeben können auf Bailey, aber ich habe dann einfach geschossen mit Werner, war aber trotzdem nicht das beste, ich hätte dann auf Bailey passen müssen. Passt auf, jetzt oben links, falls man es sieht, Bailey, da kommt er komplett blank angelaugen. Ich glaube, das wird ein Spiel, wo der Gegner schnell abbricht. Schade. Ah, hätte hier abpassen müssen. Jetzt bricht der Gegner bestimmt ab. Ach, ich wusste es, ich wusste es. Okay, das war ein gutes zweites Spiel, das hat mir wieder Hoffnung gegeben. Und ich mache jetzt trotzdem die Aufnahme abbrechen, weil, also ich spreche sie nicht ab, ich beendete sie jetzt, weil sie schon sehr lang ist. Aber dann bin ich motiviert und werde auch noch eine Aufnahme machen mit zwei Spielen. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat, ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.